Hier sehen sie Julia. Julia soll mit ihrer E-Pro-Gruppe ein Video zum Thema So ist Würzburg drehen. Julia kommt aber nicht aus Würzburg, sondern aus Augsburg. Hier ein billiges Stockfoto von Augsburg. Deshalb hat Julia keine Idee, was Würzburg so ist. Genau genommen hat absolut niemand eine Idee. Exkurs! Franken ist eine Region in Bayern und hat viele verschiedene traditionelle Fleischgerichte wie blaue Zipfel, fränkische Bratwürste, Schäufele und Schlachtplatten, bei denen man lieber erst gar nicht darüber nachdenkt, was man da gerade am Sonntag im Würzhaus eigentlich herunterwirkt. Außerdem gibt es die bekannten Nürnberger Lebkuchen und viel zu viele Rezepte mit Karpfen. Franken hat zudem die höchste Brauerei-Dichte der ganzen Welt. Den Studenten sei Dank für den hohen Absatz. Prost! Apropos Studenten und Alkohol. Nicht zu vergessen, der Frankenwein. Ob das jetzt Silvaner, Müller-Turgau, Riesling oder Spätburgunder ist, den man sich abends auf der alten Mainbrücke runterkippt, dürfte den meisten nach dem dritten Glas zwar richtig egal sein, aber da wird euch ja wohl als Kernzielgruppe was zu einfallen. Na wer sagt's denn? Hier sehen Sie den Block, auf dem die Gruppe ihr Videokonzept hätte festhalten sollen. Hier sehen Sie das leere Blatt Papier auf diesem Block. Hier sehen Sie Julius vor dem HMZ. Julius hat sich gerade die falsche Kamera ausgeliehen. Erneut! Das sieht gar nicht gut aus. Scheiße, Mann! Hier sehen Sie Julia in einer Schnittkabine. Hier sehen Sie Julias ratlosen Gesichtsausdruck in einer Schnittkabine. Julia hat gerade den falschen Codec ausgewählt, aber... Hier sehen Sie Franziska beim Retten des Videos. Franziska hat einen Riesenspaß bei der Arbeit. Ich habe einen Riesenspaß bei der Arbeit. Hier sehen Sie eine komplett überhastete E-Pro-Gruppe unter Zeitdruck. Los, zieh ab, zieh ab! Lauf! Hier sehen Sie René. Eigentlich findet er das Video super. 4-0 Hier sehen Sie einen Teller fränkische Bratwürste für den Themenbezug.